Würdest du auf Deutsche schießen? An der Panzertruppenschule lernte ich 2001 einen besonderen Kameraden kennen. Wir nannten ihn Charlie. Charlie hatte sich sein Abi in Hamburg auf der 100 Meter Bahn in die Tasche gelaufen. Ich bin in Schwerin durch die Plattenbausiedlung geströpert. Wir verstanden uns blendend. Eines Abends saßen wir nach dem Gefechtsdienst zusammen, auf der Heckplatte eines Leopard auf Munster Nord. Da sagte er plötzlich, unsere Väter hätten noch gegeneinander kämpfen müssen. Ich? Wie meinst du das? Na, BRD gegen DDR. Oder ich gegen dich. Und dann fragt er etwas. Überleg mal, würdest du auf Deutsche schießen? Die Wiedervereinigung hat uns diese Frage abgenommen. Und wenn du das hier siehst, treffe ich mich gerade mit Charlie in Hamburg, 22 Jahre nach Munster Nord.